Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Zu Beginn begrüße ich an meiner Seite Christoph Menz. Christoph, nach zwölf Jahren an der alten Fürsterei triffst du am Freitagabend auf deine alten Arbeitskollegen und Weggefährten und auch auf einen deiner besten Freunde mit Torsten Matuschka. Mit welchen Gefühlen gehst du morgen in die Partie? Erstmal freue ich mich auf jeden Fall auf das Spiel gegen Union. Wie du schon angesprochen hast, alte Freunde, alte Mannschaftskollegen. Nichtsdestotrotz rücken wir für die 90 Minuten die Freundschaft und die Sympathie für den Verein und das Umfeld in den Hintergrund. Ich denke, wir haben eine sehr gute Möglichkeit, mit zwei anstehenden Heimspielen aus vier Spielen acht Punkte zu holen. Und die Chance wollen wir ergreifen. Ich denke, verbindet sich einfach die Tradition, auch die Vergangenheit in der DDR. Die Fans, die auf beiden Seiten in einer großen Anzahl hinter dem Verein stehen und hat auch für eine überrangige Stimmung in den jeweils Heimstadien sorgen, unterscheiden. Ich denke, jeder hat seine eigene Geschichte halt. Ja, das würde ich so sagen. Ja, was heißt, nicht im Guten würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe gesagt, dass ich nochmal gerne gespielt hätte für Union. Ja, dazu stehe ich auch nach wie vor. Aber jetzt eine Rechnung offen in dem Sinne jetzt nicht wirklich, aber ich möchte einfach gewinnen, das ist klar. Weil es so eine spezielle Rechnung offen oder beziehungsweise vielleicht auch Rachegedanken oder so jetzt in dem Sinne jetzt nicht unbedingt. Ja, die persönliche Kampfansage ist halt, dass er kein Tor schießen wird, zumindest aus dem Spiel nicht heraus. Sag mal, Steiner hat die Kanne nachschießen, das kann man auch nicht verhindern. Ja. Wir haben gestern eine ganz normale telefoniert gehabt, ganz kurz. Und er hat jetzt auch nicht über das Spiel geredet. Ich denke mal, das wird er mir nichts sagen, ich werde ihm auch nichts sagen. Das ist einfach dann, das ist ganz normal. Ja, jetzt erstmal sieht es danach aus, aber ich würde sagen, um da jetzt mal so ein gewisses Fazit zu sehen, denke mal, so hätte man die ersten zehn Spieltage abwarten. Ich denke, sechs kann ich spielen, das spiele ich auch gerne. Aber genauso kann ich auch, wie du es gesagt hast, gerade rechts hinten spielen oder Endverteidigung. Das ist ja auch eine Stärkung, dass ich halt vierte Positionen spielen kann. Aber jetzt gerade ist halt defensiv Mittelfeld und es passt, denke ich. Ja, da ist auf jeden Fall Luft nach oben noch, aber ich denke, dass man von Spiel zu Spiel ist besser geworden. Seit mal Köln, das war noch ein bisschen holprig, was das Spiel nach vorne begann. Denn gegen Bochum haben wir die Defensivarbeit ganz gut gemeistert. Und nach vorne war es dann auch wieder verbesserungswürdig, definitiv. Abgesehen von der zweiten Halbzeit, denke ich, da kann man dann schon drauf aufbauen. Dann auch das Spiel gegen Hamburg, wo dann auch mit einem anderen Partner zusammengespielt wurde, denke ich, dass schon ein besserer Abstimmungsprozess in Arbeit auf jeden Fall ist. Aber wie gesagt, es dauert dann ein bisschen, klar. Das ist ganz normal. Also ich weiß, dass das Ziel Aufstieg ist. Das ist schon, dass man, also nicht das zwingende Ziel, aber dass man halt schon sagt, okay, mit dem Kader, den wir zur Verfügung haben, wollen wir oben angreifen. Das ist schon klar. Ja, der Start war ja nicht so, wie sich es vorgestellt hat. Und deswegen weiß ich auch, dass der Druck jetzt bei denen sehr hoch sein wird, jetzt hier was zu holen. Weil es geht erstmal klar, um Anschluss wieder nach oben zu führen, in der Tabelle halt und halt weiß ich auch, dass es halt für die Fans ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist halt. Es ist ja schon eine Rivalität zwischen Dynamo und Union herrscht und da wollen die Spieler sicherlich nicht verlieren. Zum einen aufgrund der Tabelle und halt einfach auch wegen der Rivalität halt. Bis auf Audi, der erst am Montag zu uns gestoßen ist, beziehungsweise Sonntag auf Nacht, sind alle Mann an Bord. Man wird sehen, also wir haben ja noch morgen früh Bewegungstherapie und dann werden wir sehen, wer alle im Kader, wer alle im Kader dabei ist. Es wird natürlich morgen sicher schon die ersten Härtefälle geben, gar keine Frage. Aber das ist natürlich, wenn alle Mann fit sind, ist es natürlich sehr positiv, spricht für unsere gute Arbeit. In einer Weise ist es natürlich auch für die Spieler nicht angenehm, die dann nicht dabei sein können. Erstens mal wäre es ein Fehler, wenn ich mich jetzt noch mehr um Union kümmere, als wir um die eigene Mannschaft. Ich mache mir lieber mehr Gedanken um die eigene Mannschaft, wie man dieses Ballwerk Union, ja, ich hole halt ein bisschen weiter aus, wie man dieses Ballwerk natürlich auch. Das sind natürlich meine Gedanken und die werde ich nicht der Pressepreis geben, weil ein Kollege kann auch Zeitung lesen und man hört ja zu. Aber das sind natürlich meine Gedanken, was ich immer umgedanklich mache. Und Sie kennen mich auch schon länger, dass ich halt nicht derjenige bin, der alles preisgibt, was ein Trainer denkt. Ich könnte jetzt da vieles aufzählen und wie und was und wann. Aber ich denke auch, dass mein Kollege auch, der schon sehr lange auch dabei ist, natürlich auch seine Mitteln hat oder sich Gedanken macht, wie wir kommen, wie wir eventuell gegen sie agieren werden und natürlich auch seine Mannschaft darauf einstellt, was sie gegen uns tun und wie sie gegen uns arbeiten sollen. Das ist vollkommen richtig. Das ist sicher keine einfache Entscheidung. Jeder, der im Trainergeschäft tätig ist und vor diesen Problemen, positiven Problemen, muss ich dazu sagen, steht, macht es sich auch nicht einfach. Es kommt ja nicht nur die Trainingsleistung dazu, sondern es kommen ja auch gewisse Komponenten dazu, wie ich brauche Abwehrspieler auf der Bank, ich brauche Mittelfeldspieler auf der Bank, ich brauche ein Außenspieler auf der Bank. Und bei sechs Spielern hast du halt natürlich dann die Qual der Wahl, wenn du eine Szene zur Verfügung hast. Auch bei den Torleuten, muss ich sagen, haben wir drei ausgezeichnete Torhüter. Auch da ist natürlich auch der Fall, dass leider einer nicht dabei sein kann, aber man macht es sich als Trainer nicht so einfach, sondern man wägt alles, das Für und Wider ab. Natürlich ist dann für die Journalisten immer einfacher, dann noch die zu fragen, die was nicht dabei sind, als die, die was dann dabei sind. Ich sage immer, in dem Moment sind halt diese 18 Spieler oder diese Elfspieler-Spielnahme wichtig aus wie das andere rundherum. Natürlich will jeder im Stadion seinen Lieblingsspieler, oder ich sage immer wieder, wenn man heute einen Zettel von Dorn hat, nur sagen wir mal, bei 100 Leuten, ich weiß halt nicht, wie viele identische Aufstellungen das man zusammenkriegen hat, und alle miteinander. Und darum ist das halt einfach eine Entscheidung, die was ein Trainer immer wieder für sich alleine treffen muss. Das ist halt die letztendliche Entscheidung, und für den muss er halt gerade stehen, und für das sind wir halt da. Ich brauche der Mannschaft vor keinem Spiel ein Ziel stecken, sondern jeder, der mich ja schon ein bisschen kennt, weiß ja, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Dass es nicht machbar ist, ist uns auch klar. Aber trotz allem gehen wir in jedes Spiel hinein, um drei Punkte zu machen. Und genauso werden wir das auch morgen versuchen. Und ich denke einmal, dass wir, wenn man das Ganze jetzt hernimmt, die ganzen letzten beiden Wochen, oder die letzten Wochen eigentlich beobachtet, haben wir schon jetzt einen Kader, der natürlich auch berechtigte Hoffnungen macht, auch weiterhin diese Heimspiele, oder diese Bilanz vom Frühjahr, auch hier jetzt wieder im Herbst weiter zu fortsetzen. Dann muss ich ein Aushalt gegen Frühjahr. Ihr habt ja vor Frühjahr diese Hochstimmung auch mitgetragen, nach dem Sieg gegen Westheim. Ihr dürft euch nicht von der Verantwortung wegnehmen. Auch ihr Journalisten wart es diejenigen, die was dann auf einmal gesagt haben, oh, Dynamo kann mehr machen, und, und, und. Dann würdet ihr nicht immer dann den Verein oder den Spielern oder den Trainer im Ball zu beschupfen. Auch ihr wart es dafür zuständig. Und genauso ist es auch, nein, warum sagen Sie nein, oder warum teuten Sie nein? Ich fühle mich in dem Fall nicht an. Ich habe ja gesagt, Journalist, aber auf einmal weiß keiner von euch. Nur die Euphorie habt ihr auch geschürt. Und jetzt, wo ein Trainer nach dem Viernussig gleich hinstellt und sagt, es war ein Freundschaftsspiel, ich danke fürs Gespräch, hat zwar schön ausgeschaut, wir haben wunderschöne Tore gemacht, aber das zählt nichts. Ich kriege keine Punkte dafür. Punkte zählt Meisterschaft. Und da kommen ganz andere Komponenten dazu. Ich darf nicht so viel austauschen. Die Einstellung hat vielleicht bei den einen oder anderen dort nicht passt. Einer von uns oder mehrere von uns haben eine tolle Form aufgerissen in dem Spiel. Das kommt alles dazu. Aber dass man dann jetzt auf einmal klar wieder sagt, jetzt darfst du wieder alles bremsen. Ich tue nichts bremsen, sondern ich weiß, was wir imstande sind und ich weiß, was wir nicht imstande sind. Ob es die Spieler verinnerlichen, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich bin der Trainer, aber ich weiß nicht, was in den Spielern vorgeht. Noch einmal, das ist nicht immer so, wie wenn der Trainer jeden Spieler weiß, was in denen vorgeht. Ich habe es ja, glaube ich, schon oft genug mal gesagt, wo ich gesagt habe, in dem Moment, wir können die beste Trainingswoche machen. Wir können rausgehen, aufwärmen, jeder kommt rein, ist geil aufspielen und, und wenn der Schiedsrichter abfeift, hat er auf einmal Bleifürs. Und warum, weiß man nicht. Oder ein Spieler denkt an irgendwas, was ich, sitzt meine Frau auf der Tribüne oder ist Kind eh gesund. Wirklich, das stimmt ja so. Mir ist oft passiert, in der Minsk-Burgati, wo ich da immer die Nordketten angeschaut habe. Mach, schöne Bärg sind das. Und der Trainer wird da draußen denken, was ist mit dem Vogel da drinnen. Aber ist es so. Man soll ja herrlich auch sein. Und darum weiß ich nicht, was den Spieler ab in einem gewissen Moment was den beschäftigt. Und darum kann ich es nicht sagen, es sind die Spieler, ich denke, dass die Spieler dieses 4-0 überhaupt nicht überbinden. Anders gesagt, wir haben drei Tage später 1-0 verloren und sind aus den internationalen Bewerben ausgeschieden. Da hat es einen Titel gegeben, internationalen Bewerben. Ich habe es ja vorige Woche schon gesagt, diese Vorbereitung ist ja nur ein Status. Es ist schön, dass jetzt vor zwei Tagen wieder ein älteres Interview man angekucht hat, das was so siebeneinhalb Minuten dauert, wo der Trainer dann sagt, hört es mal auf mit der Vorbereitung. Ich muss ja unter dem Jahr auch weiter trainieren. Ich tue ja nicht jetzt nur, man nennt das Vorbereitung, unter dem Jahr machen wir dann gar nichts mehr, sondern es muss unter dem Jahr genauso weiter konzentriert und genauso gearbeitet werden wie in der Vorbereitung. Und darum kann man jetzt nicht sagen, das ist die Vorbereitung vier Wochen, so jetzt ist es angehagelt und jetzt fangen wir mit dem, jetzt fangen wir mit dem, was Neues an. Sondern es wird bei jedem Verein und vor allem bei solchen Vereinen, wie es wir sind, wo du nicht in drei Tagen Rhythmus spielst oder so wie Vereine, die was Europäisch spielen, die was natürlich alle drei Tage spielen, die werden natürlich in, die können gar nichts mehr dazwischen eigentlich trainieren, weil die nationalen Spiele, aber so wie wir, die was Samstag für Samstag oder gar Freitag bis nächsten Montag, natürlich kannst du dann dementsprechend auch immer wieder neue Reize setzen und du musst auch im Training immer wieder neue Reize setzen, aber deswegen hört ja eine gewisse Vorbereitung ja nicht im Jahr auf, sondern wie gesagt, du musst weiter, Woche für Woche gut und konzentriert und auch qualitätsmäßig trainieren. Und ich habe auch damals gesagt, das wird einige Spiele dauern, bis wir in den Rhythmus kommen. Wir haben ja in der Vorbereitung ja erhebliche Probleme auch gehabt, einmal ist der Spieler ausgefallen und dann war der wieder nicht dabei. Das hat zuerst, glaube ich, in den letzten Wochen vor dem Köln-Spiel dann, dass alle wieder einmal gesund waren. Und das muss erst alles wieder dann zusammenfinden und das dauert halt. Und wie gesagt, deswegen können wir immer sehr, sehr gut trainieren und sehr konzentriert trainieren. Dann von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Anstoße samt Freitagabend um 18.30 Uhr. Das Stadion öffnet um 16.30 Uhr, der Wippraum um 17.00 Uhr. Es werden rund 29.000 Zuschauer im Stadion erwartet. Das Stadion wird ausverkauft sein. Davon werden 2.000 Fans aus Berlin zu Gast sein. Schiedsrichter der Partie ist Peter Sippel aus München, 43 Jahre alt, DFB-Schiedsrichter seit 1996. Seit 1997 hat er bisher 128 Spiele gefiffen. Zuletzt mit Dynamo-Beteiligung am 21. April 2013 beim 1-Zungen-Heimsieg gegen den FC Energie Cottbus. Die Bilanz ist positiv. Acht Spiele, fünf Siege, drei Niederlagen und bisher gab es noch kein Unentschieden. Die Nachwuchsmannschaften spielen wie folgt. Die U23 auswärts am Sonntag um 14.00 Uhr beim FC Einheit Rudolstadt im Stadion Kleiner Damm. Die U19 auswärts am Samstag um 11.00 Uhr beim VfB Lübeck Stadion Lohmüde und die U17 auswärts am Samstag 12.00 Uhr beim FC Energie Cottbus am Spurplatz am Brero-Kraben. Wir sehen uns morgen Abend. Bis dahin. Tschau. 2-J Prep chords 2-J Prep